Wir wollen jetzt gleich unsere Zwergotter-Jungtiere zum zweiten Mal impfen, also die Wiederholungsimpfung quasi für Parvoglorose. Und dafür müssen wir jetzt gerade die Elterntiere einmal abtrennen, dass der Träger eben an die Box rankommt. Sie müssen erstmal aktiver werden. Bisher legen sie noch zum Großteil in ihrer Wurfhöhle, in einer schönen warmen Strohbox und dann müssen sie erstmal bald anfangen überhaupt dann erstmal schwimmen zu lernen. Und Otter kann nicht schwimmen mit Geburt und muss dann fit genug sein. Es geht bei uns vor allem um die Orangs, schnell genug vom Orang weg zu sein. Jetzt die Impfung ist für uns erstmal das Wichtigste und danach haben wir im Prinzip alle Zeit der Welt, um dann zu sagen, jetzt machen wir aus oder eben, wir machen uns ab. Ab und Kiech! Achtung mit deiner Hand. Hat alles super geklappt. Also die sind super in Form. Die sind alle wirklich gut genährt, sind ordentlich gewachsen seit dem letzten Mal und das war jetzt eigentlich unser letzter Auftrag erstmal. Jetzt muss die Mama weitermachen.